Übrigens so alles schön aus Holz gemacht, wie sich das gehört. So, da sind wir wieder back to business. Jawohl, ihr kleinen Schwanzer. Ihr kleinen Schwänzer, ja. Ja, da sind wir wieder. Haarige Sache hier. Haarige Angelegenheit. Haarige Eltern. Hart und haarig. Haarige Eltern. Ja, Riesenkuh hat jetzt mal hart einen bluten lassen. Und Pizza bestellt. Platz für Pizza gemacht, ja. Verstehe ich. Und ich zünde jetzt hier gerade mal die Hütten an. Mach mich mal, bin ich on Air? Sicher bist du on Air. Ich kann dich auch ein bisschen größer ziehen. Auf dem MacBook sieht das nicht so aus, als wären wir on Air. Wir sind aber on Air. Bist du dir sicher? Sehr, sehr sicher. So mittelsicher oder so richtig sicher? So richtig sicher. 100%. Gib mal Rückmeldung, ob wir on Air sind. Genau. Gib mal eine Rückmeldung. Foi, foi. Warte, foi, foi. Ich brauche mehr Lava, jeden Tag. Wir sind on Air, siehst du? Das ist schön. On the fucking Air tonight, baby. Die Hütten brennen schon. On the fucking Air tonight. Sieht man mich gerade? Ja, ich habe dich ein bisschen größer gezogen. Jetzt sieht man halt besser. Mach noch größer. Extra für dieses Ereignis, ja. Mach noch größer. Jetzt wird es langsam matschig. Ist egal. Liebsten will ich ja Fenster einschlagen. Das ist ja gut. Das war auf jeden Fall schon sehr erfolgreich hier, die Nummer, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Schon mal nicht schlecht. Ich brauche aber mehr Lava, ja? Eindeutig. Eindeutig brauchen wir mehr Lava. Ich bin ja quasi Fullscreen gerade. Ja, sicher, sage ich doch. Fall on Air, baby, ja. Ich habe einen Zombie. Woher sind das die komischen Bewohner, die verbrennen? Mit Sicherheit. Ach, da wollte ich auch noch mal einen von anzünden, ne? Ja, genau. Mach mal. Hm? Bug-User? Why you eat so much Bug? Jetzt wieder geröstet, ja. Ah, das war gut. Wie schön das brennt. Das überzeugt mich hier irgendwie. Warum brennt die Vita hier eigentlich nicht? Ist die Feuer fest oder was? Guck mal hier. Was ist der Scheiß? Weiß ich nicht. Was für Arschlöcher. Da, da. Ich spring ins Wasser rein. Ja, ja, ja. Boah. Erst mal ein Chicken essen. Ja, dann kommt doch, wenn du mit Feuer spielst, ja? Ist doch geil, oder? Ja, geht so, ne? Ah, jetzt ist die... Irgendwie hat der Notebook irgendwie einen weg. Wieso? Weil jetzt sieht man da wieder was. Ja, egal. Hauptsache, die anderen sehen was. Warum? Darum. Ich finde das Bild sehr gut, ja? Ich auch. Alles brennt. Sehr malerisch. Pura Sex. Ja. Vor allem ist diesen Lava-Klumpen da noch da drin. Boah. Was ist denn jetzt hier los? Hä? Ah, okay. Was ist denn los? Weiß ich nicht. Ich hatte gerade ein Standbild kurz, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es weg. Also, ne? Standbild ist... Guck mal, die Hütte fängt auch mal an zu wabbel. Wabbeldabbel. Dackel. Dackel. Alter, das sieht gut aus, hier. Guck mal. Alter, Nigerianer. Upp, jetzt habe ich auch ein Problem hier. Jetzt werde ich hier von der Lava schon gefickt, halt. Ja? Hm? Ganz knapp. Oh. Oh, das ist super. Von oben drauf. Genau in dem bisschen einen hingesetzt. Guck mal. Sehr schön. Bin ich immer noch groß? Ey, man wird immer wieder groß. Das ist wichtig. Man sieht schon genug. Nein, man sieht viel zu wenig. Eidos-Prinzip sieht man zu wenig. Ich denke nicht. Doch, das ist voll wichtig hier. Meinst du? Meinst du? Jo. Fast gestorben. Ja, dann mach dich mal wieder lebendig. Wieso frisst du rohes Huhn? Weil ich jetzt zu einen Schiss habe. Äh, ja. Äh, ja. Ich glaube, ich versuche mal den Chicken-Trick. Warte mal. Ja, ich muss das Chicken nur noch groß werden. Dann schlachtest du das? Warte ich jetzt. Das ist groß wie. Sehr gut. Dann hat das Chicken ja ein erfülltes Leben gehabt, ja? So gehört sich das doch. Ja. Komm, mach fertig, Tag. Werd mal groß. Ich warte. Aber ich lauf einfach. Ich könnte mir auch eine Schippe bauen, aber bin ich viel zu geizig für, ja? Was machst du da eigentlich schon? Ich trage Erde ab. Schwuchte. Aua. Wurst? Ich habe mir ein Bein gebrochen. Du bist erbrochen? Nein, ich habe mir ein Bein gebrochen. Oh. So, soll ich dir in den Pizzabooten jetzt eigentlich noch mehr als 10 Cent Trinkgeld geben? Ich gebe dir 50 Cent. Warte, ich habe hier noch ein Cent-Stück. Ich habe hier noch ein Bein gebrochen. Ja. Ich kriege der nämlich. Meinst du soll mir gerade zu klein gegeben? Nein. Ist das Wahnsinn? Auf jeden Fall muss der Kupfer kriegen. Ja, das sage ich doch. Ganze Kupferscheiße. Ja, mindestens ein Kupfer musst du ja kriegen. Warte. Cool. So, motherfuckers, wieder back on mic. Back on mic. Back on the fucking mic. Um so mal zu sein. Ihr seid. Was sind wir denn? Ich muss hier ja runterscrollen. So, die Krise. Warum musst du immer runterscrollen? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Und warum bin ich? Du bist Schmutz. What the fuck? Dann träumst du doch nachts. Von Schmutz. Nee, dass du Schmutz bist. Ach so. Von deinem persönlichen Aufstieg zum Schmutz. Okay. Träumst du? Ich mag Schmutz. Schmutz ist schmutzig. Verstehst du? Mhm. Ja. Ich sehe schon wieder weiße Berge. Weiße Berge. Dann bist du ja genau richtig. Wenn du weiße Berge siehst. Weil irgendwie nur unsere Röte zugeschnallt ist. Sonst nichts. Glaube ich doch mal. Wenn ich gerade so ein bisschen lost bin hier. Okay. Glaube ich. Es wird gerade dunkel und ich habe keine HP. Oh. Alter, ich habe mich verlaufen. Oh. Glaube ich. Boah, Kerl. Lass mich schon du. Nein, nein, nein. Ich sehe meinen wunderschönen Lava. Flusch. 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 Ich bin gerettet. Fluschigen Flusch. Fluschig. 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 Iron. Was fehlt mir denn? Ich wollte Kühe grillen. Haben wir irgendwo... Ein Kuhgrillgerät? Ja, ja. So könnte man es nennen. Der Gerät. Der Gerät. Wird niemals müde. Äh, ja. Der Gerät. Arbeitet die ganze Nacht. Der Gerät. Ich kotze gleich ab. Warum? Crash Pizza? Ja, eben. Die gibt es ja noch nicht jetzt, deswegen kotze ich ja gleich. So, ich finde die Wasserkopftiere epic. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bin ich dabei. Jetzt war wieder dein Dom-Lord, der jetzt nicht mehr Dom-Lord-Gott heißt. Warum heißt er nicht mehr Dom-Lord-Gott? Dann musst du ihn schon selbst fragen. Warum ist der fucking Gott? Ja. Wo ist er? 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 Ich wollte mal erwähnen, dass ich mal allein wo bist du? Wo bist du? Wo bist du Pizza? Das kann doch nicht sein. Also ich will mal kurz Pause machen. Moment. Kann doch nicht sein. Wie schnell ist er denn, äh? Ja, wie schnell ist er denn, äh? Ja, wie schnell ist er, da bist du jetzt aufgehört. Genau, da bist du jetzt bescheidet. Jetzt sind wir raus, Ladies, ja. Ja, tschüss. Äh, tschüss. Du musst ausmachen. Ja, und ihr könnt auch gerne mal auf unseren Channels noch vorbeigucken und bei uns